Ich muss ein paar Sachen mir merken, die Namen kann ich mir nicht alle merken, aber erstmal herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr alle zahlreich gekommen seid, aus Köln, aus Düsseldorf, aus der Region und noch ein bisschen weiter her. Und ja, ich muss mich auch herzlich bedanken bei meiner Frau, ich habe mich da kräftig unterstützt, die Carina, sonst hätte ich das alles gar nicht schaffen können. Dann möchte ich mich auch herzlich bei der Volksbank bedanken, jetzt sage ich den Namen nicht, weil ich sowieso alle Namen vergessen habe, aber herzlichen Dank, dass ich so einen schönen Rahmen hier bekomme in Heinsberg und finde ich total klasse. Dann muss ich mich bedanken, Moment mal, den habe ich jetzt nicht mehr, ja, ich bedanke mich eigentlich an alle. Ja, so. Ja, herzlich willkommen. Danke. Also zu dem Thema Genuss, Sie sprachen es gerade an, kann ich ein Stück weit auch noch beitragen, wir haben zum einen vorbereitet für Ihre Frau, damit Sie den Worten noch tatenfolgen können, einen Blumenstrauß, vielen Dank.